Wenn Menschen, die ich liebe, eine schwere Zeit haben, muss ich für sie da sein. Wie bei einer Grippe. Dann gebe ich mein Bestes für sie. Oder was immer in meiner Macht steht. Na ja, der gute Wille war da. Geben Sie der Grippe Contra. Schützen Sie sich. Geben Sie sich.